So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute ist der letzte Tag, erstmal für mich hier zu Hause, denn wir fahren nachher in den Urlaub. Mondag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da sind wir also weg. Ich möchte jetzt kurz nochmal Bescheid sagen, da möchte ich kurz meine Showcase-Belohnungen abholen. Das ging ja jetzt bis 10 Uhr heute. Konntet ihr gestern Showcase setzen mit Kwayutsu und Afroxy, genau. Dann möchten wir wieder ein paar Sachen maxen. Fünf Vorschläge aus der Community sind wieder am Start. Ein Titel-Pokémon, was ich selber rausgesucht habe, aber erst nochmal kurz zum Urlaub. Wir fahren irgendwo hin, Pupsi hat was rausgesucht, hat was gebucht. Ich habe die Hälfte dann gegeben von den Kosten, habe gesagt, ist mir egal wohin, mach einfach irgendwas. Und ich sehe ja, wo wir sind, wenn wir da sind. Jetzt bin ich heute Abend nicht da, deswegen gab es auch keine Verlosung, sodass heute Abend eine Auslosung ist. Morgen wird es aber ein neues Gewinnspiel geben, das kann ich schon mal ankündigen. Für heute Abend, für die Leute, die am Montag immer zusammensitzen bei Chill mit Ramses, habe ich eine Premiere vorbereitet mit Hannes und mit dem Muttertier. Das heißt dann Three Girls, One Fuzz. Das Video endet erst, wenn das Fuzz leer ist. Das habe ich letztens aufgenommen im Summerslam-Wochenende und das möchte ich einfach heute Abend zeigen, auch wenn das ziemlich aktuell ist und noch viele ältere Sachen da sind, die erstmal rauskommen. Das ist auch mit der neuen Kamera gefilmt. Vielleicht ist euch schon mal ein Unterschied aufgefallen zwischen anderen Videos und aktuellen Videos, dass da die Qualität ein bisschen anders ist. Also heute Abend kein Chill mit Ramses, heute Abend aber eine Premiere, die geht 40 Minuten. Da seid ihr gerne eingeladen, zusammen zu sitzen. Ich werde auch reinschauen. Dienstag wird es ein Gewinnspiel geben, 15 Uhr. Ich werde Dienstagabend keine weitere Premiere oder ein anderes Video schalten, weil ich möchte, dass das Montagsvideo Three Girls, One Fuzz gesehen wird. Mittwoch ist Raid-Boss-Wechsel auf Xenias und Evil-Tal. Ich versuche im Urlaub trotzdem irgendwo einen Community-Raid zu machen, damit ihr auch mal in dem Video was von einer Umgebung seht, wie das so ausschaut. Ich werde einen Laptop mitnehmen, schauen, dass ich im Urlaub im Laptop das Video schneide, hochlade. Mittwoch ist 18 Uhr auch die Raid Mania. Die wird diesmal verkürzt stattfinden. Ich werde die aber unterwegs mobil streamen. Also ihr könnt trotzdem auch diesen Mittwoch zu Raid Mania wieder einladen. Und der Jentic hat das so gedacht, obwohl Xenias und Evil-Tal da sind, wird nur Xenias in der Raid-Stunde auftauchen an den Arenen. Und Evil-Tal bekommt in zwei Wochen seine Raid-Stunde. Das müsst ihr euch vor Augen halten. Das ist so. Die sind zwar jetzt beide gleichzeitig da, aber in der Raid-Stunde ist nur Xenias da am Mittwoch. Deswegen wird es eine Xenias-Raid-Stunde geben und ich werde wieder fünf Einladungen von euch annehmen. Donnerstag sind wir dann schon wieder auf dem Rückweg. Also ist alles nicht so wild, ist alles nicht so tragisch. Deswegen wird es Raid am Mittwoch, am Donnerstag dann geben, weil am Mittwoch ja eben der Community-Raid ist. Am Dienstag das Gewinnspiel. Jetzt makes out Monday und heute Abend eine Premiere. Das klingt viel, aber normalerweise würden täglich zwei Sachen kommen. Jetzt reduziere ich mich schon ein bisschen, damit ihr auch merkt, dass ich nicht da bin, dass ich im Urlaub bin. Wird ein bisschen reduziert. Obwohl bei anderen das, was bei mir reduzieren ist, ist bei anderen voll. Deswegen ist eigentlich auch wieder egal. Wir holen jetzt mal kurz hier den Showcase ab. Da ist Kwayutsu, da sind zwei Froxy. Überall Platz 1, das sieht gut aus. Es gibt 3000 Staub. Es gibt eine Lade-TM. Es gibt sechs Hyperbälle. Es gibt fünf Sofort-TM. Es gibt ein Glücksei, da freue ich mich besonders immer drauf, 9000 Erfahrungspunkte mitgenommen. Jetzt möchte ich meinen Titel-Pokémon, was ich habe, schnell zeigen und maxen. Das habe ich jetzt schon seit längerem rumliegen. Wir haben ja in dem C-Day-Ausbeute-Video gestern ein 100% Froxy entwickelt und gemaxed. Deswegen, wer jetzt hier sagt, wäre doch perfekt, gestern war C-Day, mach doch mal Kwayutsu oder so. Das haben wir ja gestern schon gemaxed. Das habe ich direkt im Ausbeute-Video gemacht. Damit ihr trotzdem einen Wasserstarter bekommt und seht, der so ähnlich ist wie der C-Day, habe ich mir überlegt, nachdem wir Sumpex, Morabel und das kleine Punigama gepusht haben, ist einigen aufgefallen, dass ich trotzdem hier ein 100%iges Krypto-Hydropi habe und auch dieses möchte ich maxen. Wir werden es jetzt, naja, wir werden es jetzt entwickeln. Jetzt werdet ihr wieder sagen, was, lass das doch so, lass doch die 100%igen so wie sie sind. Ich weiß es nicht, aber eigentlich ist Sumpex ja ein nützliches Pokémon und ein Level 50er Krypto-Sumpex müsste doch richtig stark und richtig brutal sein. Deswegen möchte ich es jetzt entwickeln, auch wenn ich dann nicht die C-Day-Attacke habe, aber Frustration wegmachen mal, zweite Lade-Attacke, Top-Lade-TM. Ich weiß eh nicht, wo ich meine Top-Lade-TMs hinpacken soll. Falls ich es mal brauche, könnte ich jederzeit also Aqua-Hobits noch draufpacken, ansonsten könnte ich es auch als Bodenangreifer nehmen. Jetzt nicht auf Erlösen drücken, sondern auf Power-Up, ziehen das hier mit einmal hoch auf 3.362, 100% Krypto, machen noch den Level 50 Tag dran, können die Bewertung auch nochmal zeigen, dass ihr mir das wirklich glaubt. Das ist mein Titel-Pokémon, 100% Krypto-Sumpex, das war meins, 100% und die XL sind auch voll. Jetzt gucken wir nach 5 Vorschlägen aus der Community, die ihr unter das letzte Video gemacht habt. Wenn ich ein 100er habe und genügend XL, dann werde ich eure Vorschläge maxen. 5 Stück nehme ich an, die ersten 5, die passen, werden gemaxed. Und das jetzt hier in der Sammlung, das passt. Jetzt machen wir das mal hier weg und gucken mal in eure Kommentare. Da gehen wir auf Neueste zuerst, scrollen bis runter und schauen, wer hat zuerst was geschrieben. Even Schaumkäse Lucario ist mein Lieblings-Pokémon, kann ich eins haben. Dann musst du dich privat melden wegen Tauschen, weil wie soll das denn sonst funktionieren? Ich kann jetzt hier nicht hexen. Da ist kein Vorschlag drin. Gehen wir mal auf Timo Ruger. Ruger, gibt es doch kein Ü. Sandra ist Gold wert. Ich habe mich gerade schon gewundert, wie du die Bonbons zusammenbekommen hast. Da ist kein Vorschlag drin. Dann kommt Jochen Strehl. Der sagt Machomai. Macholo. So, jetzt haben wir hier, haben wir einen Machomai auf 100. Wir haben einen auf 50. Wir haben Maschok nicht auf 50. Wir haben Macholo nicht auf 50. Wir können also dieses Macholo, weil er Macholo sagt, nehmen und auch mal auf 50 pushen, dass die Familie irgendwann voll wird. Machen wir jetzt auch hier den Level 50 Tag dran. Und wer jetzt schlau ist, schreibt unter dieses Video Maschok. Dann hat er beim nächsten Mal, wenn er drankommt, einen sicheren Punkt. Weil ihr seht ja, Macholo ist jetzt auf 50. Machomai ist auf 50. Maschok ist nicht auf 50. Damit würdet ihr definitiv drankommen. So, das heißt, alle anderen Sachen von Jochen kann ich überspringen hier. Knofensat, Hentara, Kleinstein, Ponida, Fleckmon, Magnetilo, Porenda, Dodo, Jorops, Slimer, Nebulag, Onyx. Ich finde es halt mega pervers, dass der dann immer mal 3 Millionen Kommentare macht. Wenn man eh sagt, jeder soll einen machen und entweder hat man Glück oder nicht. Er hat Glück gehabt. Er guckt eigentlich immer, glaube ich. Er hätte wissen müssen, das passt. Warum schreibt der noch 1000 hin? Das war der erste. 4 von euch nehmen wir noch. Cosimun. Ich schlage Icognito vor. Jetzt muss ich hier gucken. Icognito. So, wir haben 2 100%ige Icognito. Das ist auf 100% Level 50. Wir haben hier noch 1. Wäre das sinnvoll, das zu maxen? Meiner Meinung nach nicht, weil das wäre ja, ist zwar eine andere Buchstabe, aber wir haben ja schon 1 auf 50 und das kommt bestimmt genauso hoch auf 1.339. Es würde zwar gehen, aber wir haben schon 1. Ich möchte ungern jetzt hier jeden einzelnen Buchstaben maxen. Das muss reichen. Das ist besonders. Das ist auch ein I. Das sieht der Aufkleber auch richtig cool aus. Trotzdem, Danke, Cosimun. Das Ding ist auch aus Prag. Damals Prag, pass auf, das war am 7.10.2017. Da war Safari in Prag. Da waren wir live vor Ort. Da war Hong vor Ort. Da war Philipp vor Ort. Da waren noch die Hochzeiten, wo man mit WhatsApp einen Bot, der immer Koordinaten geschickt hat, man mit dem Auto Purchase gemacht hat, rumgefahren ist, gerade bei den Safaris und auf 100er Jagd gegangen ist. Da kam dieses Icognito her. Das waren Zeiten, wer Hong früher verfolgt hat, weiß genau, wie verrückt die immer waren. Karlsruhe mit ihrer Map, München mit ihrer Map und der Philipp, der die Münchner Map gemacht hat, hat auch für Prag, für die Safari-Zone eine Map entworfen mit Notification. Da hat noch keiner gespooft und so. Da sind die Leute halt wirklich nachts um 3 losgezogen mit dem Auto und haben sich die Hunder da in den Straßen Prags rausgekrabbelt. Das waren Zeiten, das war cool. Da steckt was dran. Deswegen habe ich das dann auch gemaxed. Hypernoob schlägt Gekarbor vor. Schauen wir mal hier rein. Gekarbor. Wir haben Gewaldro auf 50. Wir haben Reptein auf 50. Wir haben Gekarbor auf 50. Ist also voll. Wir brauchen immer noch 4. User irgendwas. Kannst du mal Quajust maxen? Quajust haben wir ja gestern schon gemacht. Also gehen wir weiter. Mein Vorschlag wäre Krypto, Hydropy oder Tansar. Hydropy haben wir schon gemacht. Gucken wir mal auf Tansar. 4 Sterne und Tansar mit 2n. So. Das haben wir noch nicht gemaxed. Da müssen wir mal den Namen wegmachen. Und ich sehe direkt, wir haben keine XL, um das zu maxen. Weder Tansar noch Forstelka. Wir könnten aber 32 Bonbons umwandeln. Dann würde ich ja aber trotzdem erst Forstelka machen. Nee, macht Tansar. Schwierige Entscheidung. Ich möchte aber eigentlich keine Bonbons umwandeln. Deswegen gehen wir weiter. Die sind nicht voll. Gehen wir immer noch weiter. Tobias Reuter sagt FM. Es ist aber heute eine komplizierte Folge, sage ich euch. FM. U-Haf-Nir ist fertig. FM ist nicht fertig. Können wir aber machen auf 754. So muss das laufen. So glatt. Einfach draufdrücken, machen und dann passt das. Nicht umwandeln, machen, tun. Du weißt nicht, wofür du es vielleicht irgendwann noch brauchst. So, FM ist auch fertig. 754. Tobias Reuter. Das war der zweite. Ich werde wirklich genau draufgehen, was da steht. Wuffels. Okay, ist auch Tobias Reuter. Können wir also auslassen. Mali sagt Bisofunk oder Tauros. Tauros bin ich damals viel gelaufen. Müsste. Genau. Tauros ist fertig. Bisofunk muss ich mal gucken. Glaube ich nicht. Nee. Fehlen auch die XL. Ey, wir können Power-Up machen, aber wir brauchen 208, um da was zu machen. Also Bisofunk geht leider nicht. Hier, Janni Boy sagt Wuffels. Wuffels habe ich, glaube ich, kein 100%iges. Deswegen wäre das eh nicht gegangen. Nee, Wuffels kein 100er. Janni Boy. Wir sind immer fies. Wenn Jochen einen Vorschlag gemacht hat und er ging nicht, habe ich den Rest einfach ausgelassen. Da steht Lito Miff. Ich lasse es auch erst mal aus. Weil er hat ja schon mit Wuffels einen Vorschlag gemacht. Guck erst mal auf Genaya mit Bourmadame. Damit wirklich jeder erst mal einmal drankommt. Und wenn wir durch sind und nichts mehr haben, können wir ja von unten nochmal anfangen. Bour... Bourmadame. Das ist Moterbel. Der ist fertig. Das ist Bourmadame. Ist auf 50. Ist halt nur das eine. Moterbel, Bourmadame und Bourmi ist auch auf 50. Lasse ich also aus. Hannes lässt es sich gut gehen. Max nur Riolo. Lucario auf 1 ist cool. Dann schlage ich Riolo zu Maxen vor. Das sagt der Benjamin Engel. Jetzt habe ich schon ein Problem. Jetzt muss ich hier hinschreiben. Nämlich 4 Sterne. Ich komme nicht klar. Und... Riolo. Geh nur aufs Riolo. Oh, das ist schon gemaxed. Guck, warum das gemaxed ist. Das erfahren wir leider in einem anderen Video. Und geh weiter und guck dann nach Balu. Der sagt Flauschling. Haben wir wirklich nur 2 Leute bisher gehabt. Flauschling. Haben wir Sabayon auf 50. Flauschling nicht auf 50. Aber Flauschling können wir Maxen. Das ist dann glaube ich das dritte, was wir haben. 2 fehlen also noch. Flauschling kriegt auch den Level 50 Tag. Ja, das ist blöd, wenn ich mit Hannes versucht habe, Videos vorzubereiten für die Zeit, wo ich nicht da bin. Und die jetzt noch nicht online sind. Und es trotzdem die ganze Zeit was anderes gab, was online kam. Flauschling 1333. Weiter Ramon Kempf sagt Klavion. Weiß ich jetzt schon. Habe ich keine XL Bonbons. Guck mal, woher auch Klavion. 178, das ist nix. Wir brauchen trotzdem mehr. Da musste man wieder mitlaufen. Hier kommt User Do. Kannst du bitte Raffel Maxen? Ist mein absoluter Liebling und danke, dass du den Max Out Monday, dass es den Max Out Monday gibt. Jetzt gucken wir mal nach Raffel. Da glaube ich, kann es gut aussehen. Das können aber an den Bonbons scheitern. Wir haben Schlaraffel. Wir haben Raffel. Er möchte, dass wir Raffel Maxen. Aber ich habe keine XL. Ich habe nur 216. Selbst wenn ich 37 umwandle, würde das leider auch noch nicht reichen. Ich hätte es jetzt umgewandelt, wenn ich es hätte machen können. Weil es dein Liebling ist. Aber es geht leider nicht. Jetzt haben wir Madu. Madu schlägt Froxy vor. Wey. Und dann gehen wir hier rein. Drücken auf Froxy. Sie sehen ja, dass wir Kwayutsu haben. Das hier am Fizzle ist. Und hier ist Froxy. Und dann pushe ich halt dieses Froxy jetzt hoch. Und am Fizzle ist er am Stizzle. Also er ist immer noch frei. Und dann sind es trotzdem, glaube ich, nur vier gewesen. Und mir fehlt noch ein fünftes. Und das heißt, das erste Mal seit Langem muss ich in der Liste wieder nach unten gehen. 1122. Schlagt am Fizzle vor. Und wir müssen nochmal durchschauen. Jochen hatte Wachrollo und als zweites gesagt Knofenzer. Jetzt pass auf, ich gehe auf Knofenzer und sehe, wir haben ein Sazenia gemaxed. Wir haben ein Ultrigaria haben wir nicht gemaxed. Wir haben Knofenzer nicht gemaxed. Wir maxen mal für ihn ein Knofenzer. Und dann ist das der letzte Vorschlag. Das ist die Nummer 5. Das ist richtig stark. Dann fehlt hier nur noch Ultrigaria. Das ist doch cool, oder? Jetzt wüsstet ihr, wenn ihr am Fizzle sagt, und wenn ihr Ultrigaria sagt, die sind nicht gemaxed. Das sind die XL aber voll. Damit könnte man punkten und rankommen. Beim Rest leider heute alles ein bisschen verworren. Trotzdem, schön wieder Belohnungen abgeholt. Was habt ihr zuletzt gemaxed? Welches Pokémon habt ihr zuletzt gepusht? Macht wieder Vorschläge. Wenn ihr jetzt nicht dran wart, wenn ihr noch andere Sachen habt, wenn ihr mehrere hattet, schreibt es wieder drunter. Das ist wichtig. Der nächste Montag kommt bestimmt. Und wie sah euer Showcase aus? Wie war eure Platzierung? Habt ihr überhaupt eine Showcase mitgemacht? War dir Platz 1, 2, 3, 4, 5? Ich glaube, bis zu Platz 200 geht es. Weil ja, glaube ich, 200 Leute an einem Showcase teilnehmen können. Was wäre denn, wenn man dreimal 200 ist? Gibt es denn überhaupt was? Einen Trostpreis? Einen Sternenstaub? Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend in der Premiere. Three Girls, One Fass. Das Video endet erst, wenn das Fass leer ist. Bis dahin. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Und ciao.